Ja, hallo Leute. Willkommen in den Stancia Pacho in Südamerika. Also auch hier habe ich mir eine kleine Oase gegönnt, mir das ganze Rutschuk gekauft, das ich zu bekommen kann, das ich mir leisten konnte und habe dann hier ein paar Winterhärte aufgesetzt, um jetzt hier mein klimabio-neutralen Konzept hier umzusetzen. Also um jetzt hier also Klimaneutralität zu praktizieren. Und zu diesem Check baue ich jetzt also hier Sonnenenergie an. Ich ernte die Sonne so zu sagen. Ich habe jetzt vier, sechs Sonnenpanele und die bringe ich mir ganz gut Geld. Also okay, die Frage ist natürlich, was man jetzt hier machen kann. Ich habe das Grundstück noch gar nicht bearbeitet. Also da sind noch die Wurzeln drin. Da habe ich noch die Abspürzen drin. Und ja, was mache ich mit dem Fett? Also da steht ja der Apatopom und da in dem Container schlafe ich drin. Also das ist hier mein Haus, wenn man so will. Könnte natürlich im Sommer ziemlich warm sein, aber ist egal. Dann sitze ich hier ziemlich direkt am nahen Fluss. Also hier haben wir zu Wasser. Könnte schwimmen gehen. Also der Gänze ein schwimmen gehen. Ich weiß nicht, der ist das der Amazonas oder sowas. Sie sehen mir sowieso im Kanal aus. Also ja, ich bin ziemlich abgelegen jetzt hier. Also ich wohne ziemlich abgelegen. Und ja, ich muss mal sehen, ob ich hier bei zum Beispiel woher Pharise slash ja. Also was ich bin mal sehen. Also was ich bin mal sehen? Also was ich bin mal sehen? Also Ổin mir das? Also. Also. Also, wer sich das? Also. Das ist ja. Also, was ist der Fall? Also, was ist esmomentot? Also, wo ist das Feld, welches Feld, Feld 2, also mal schauen wo ist Feld 2, jetzt ist also dort, dort ist der Shop und Feld 2, also Feld 2, da ist Feld 2, also es geht ja noch, das heißt, ich brauche jetzt hier ganz weit rum, ich muss jetzt hier rein, also direkt hinter dem Shop muss ich in den Weg gehen, also zu meiner Brücke, also muss ich direkt in den Weg reingehen und dann fahre ich den Weg weiter und dann muss ich direkt hochfahren und dann reinfallen, also, hier ist Feld und das machen wir mal, versuchen wir mal eine erste Aufteil heute zu machen in Südamerika, ich weiß nicht wie groß ist das Gelände, direkt da, also, das sollte schön schaffen sein, also machen wir das mal, dann wir zurück und jetzt gehe ich auf den Shop, also, also, es ist, um, wir können jetzt mal, jetzt mal die, die vorne, also, also, go to the internet, jetzt hier, also, go to the internet, jetzt hier, also, da habe ich den, okay, und, ähm, dann wollte ich jetzt hier, die innen legen, also, ist natürlich ein bisschen dumm da hinten gelaufen, also, ich möchte mir jetzt zurückfallen, also, er mal durch den einfallen, aber, und, ähm, jetzt, beim Boarding, ich, ähm, das Boarding ist, ähm, er, bei itt Boarding ist, ähm, ma ist kein Problem, aber wir wollen, das nicht mehr um, also, sehr gut, bollig, also, praktisch, öblich beim packen sehr gut, also, einmal sehr gut, einmal sehr gut kaufen, das heißt, kaufen, ja, okay, wir tun, dann eigentlich ein paar Und, ja, das heißt also, also YouTube, ich habe ja da in das Kutro-Train und es ist ein bisschen Also, wir sind in Engländern, also, wir sind ein bisschen Obofan, also, wir sind direkt zum Film, also, das Film war nicht soo-ooo-ten. In dem Sommer waren die Stephenie, das fand es, also, wozu den Ir Kimchi, an der Fan, und die Sieg Rähtsinn gekommen waren, Ich bin noch nicht, aber hier muss ich rein, also hier rein, wo ich reinfahre und wir sind auf der Set, auf der Set 2 kommen wir, also sollte man die Karte einschalten, also wo Windkit, ich weiß dann dort, also ich weiß das Feld da zu, also ich weiß hier links runter, hier sind große Felder, ja, hier sind große Felder und da war ich lieblos gemacht, keine Anteile gekommen zu, also das Feld da ist hier, also das Feld da rein, das Feld da ist hier, dann, also wir sehen, dass ich jetzt hier umfahre, also das jetzt hier umfahre und das bin ich am Ende und jetzt muss ich reinfahren, also ein bisschen Wind ist bedürftig und jetzt muss jetzt hier umfahre und da, also wo es fahre, also wo ich fahre, also wo ich fahre, jetzt habe ich mich, wo ich fahre und dann, also jetzt hier fahre und dann, also wo ich fahre, Ich bin gleich drauf und jetzt bräuchte ich mal die Kurspläne, dann möchte ich drücken. Moment, ich möchte unbedingt hier wieder die Sammlung draufsetzen. Jetzt haben wir die Sammlung und jetzt die Steuerung als Kurs gelingen. Also der Fett zweimal, ja, hat er, Fett 2 und also, also brauchen wir einen Kurs, brauchen wir einen Vorgewinder, so zwei Strich reichen vielleicht, 6 Meter breite, also, okay, und dann weiter schicken, ja, haben wir. Und dann, wenn das Japan und, äh, das wird aber dann ein bisschen durchfahren, dann möchte ich jetzt hier, dass ich jetzt, um den ersten Weg zu fahren, also, der selben ersten Weg zu fahren, also, also, der Söder drüber fahren, also, und, ähm, dass ich jetzt den ersten Weg zu fahren, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ich möchte jetzt hier anfangen, also, 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 dass ich jetzt das Thema gewähnt, das wäre ja fange, und dann, also, also, das ist jetzt hier, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, aber dann responsibilities, ich weiß gar nicht, also, also, das macht Är dir, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, also, das macht Ärger, ich weiß gar nicht, also, okay, mal wiederCuata, Also, der Inquist-Muten-Artifal-Design, also, desumetris-Vertifalny, mitoffer-Change-Multimusion-Verserskepne, also, Sinti-Zen-Design-Verserskepne, also, der Inquist-Muten-Artifalny, also, der Inquist-Out-Fail-Reserkepne, also, der Inquist-Muten-Artifalny, also, auf den Inquist-Muten-Artifalny, also, So, I'm always expecting to run fun, you know, what the deficit of soon, it is to run fun. So, what's my teaching? So, how do you find this? What's though, look at that, check that's what's looking, first, let's get in and look at that. also um am meister wegpunkt begin von 10 2 dann der der etwas, also die dritte kurve, die dritte normale kurve, weiter, also was macht es hier? Ich möchte genau, wo das fertig ist, also ich muss ihn einlassen, also ich möchte ihn einlassen, also wenn ich ihn da ansetze und dann will ich ein bisschen durchfallen, also dass ich dann ein bisschen zurückfallen, also so vielleicht und welchen Wegpunkt haben wir, also wir müssen ein bisschen weiterfahren, also wir müssen ein bisschen wegpunkt, also wir müssen passen wegpunkt, vielleicht immer, also, also, ich möchte ihn dann doch jetzt hier, das geht ein bisschen wegpunkt, also wir müssen ein bisschen wegpunkt, also wir können sie und wir durch, also und dann dürfen wir losfahren, also, 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 bei CZ auch durch, also nicht, also, das jetzt hier losfahren kann, also, am nächsten passenden Wegpunkt, okay, dann kurz beginnen, CZ muss aufgefüllt werden, ja, wenn man das tut, haben wir, muss das Ding auffüllen, irgendwie, also, also, ich kann das Ding auffüllen, also, mit dem Ding auffüllen und, äh, der vierte Tab, jetzt füße ich also ab mit Ding auffüllen, auf meine Kosten, also, okay, hat man nicht vereinbart, Dünger, und, ähm, und, ähm, also, das sieht schon was Gutes, aber trotzdem, ähm, hier ist also rote Erd, da sehe ich keine richtige Hand, also, das scheint der Hand zu sein, und, ähm, ja, also, 10 Uhr 22 haben wir, ja, 8 Uhr 22, und das wird eine Weile dauern, bis ich hier durch bin, also, also, mein Sonnenblumen kann ich gar nicht sehen, und, ähm, das wird die, also, das wird er jetzt hier aufteilen, oder? Also, also, versehen, dann, dann, wo muss ich aussehen, und das mache ich, aber, ähm, das muss ich auch dringen auch mal dazu, also, G5344 aufhören, also, ob das reicht, weiß ich nicht, also, ich möchte eigentlich gleich in die Kaste hier, 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 der Zyta, Michael Kension, und Antabattas, den Indus hier, und geredet werden, und dann hier wo hin, wo es auch dringen auch dringen werden, also. Und das dauert, weil ich bisher fertig hatte, denke ich mal, also das dauert. Das dauert eine Warte, auch für 5300, das ist vielleicht viel Geld in Südamerika, aber ich mache das ja nicht wegen des Geldes, ich mache das dann, um die Leute kennenzulernen und um die Felder wirtschaftlich zu lernen, wie es mit den Feldern läuft. Und was die so anbauen, die Blumen, die bauen also hier auch so ein Blumen an, auch nicht wie indigent als woanders, und ich habe jetzt hier auch, also, ich bin im Frühling und ich kann auch hier nicht anbauen, die hat so eine Blumen, also, das geht ja gar nicht. Ja. Was ist das Wetter? Wetter ist das Wetter? Wetter ist das Wetter? Ich denke, das ist das Wetter. Das Wetter ist das Wetter, von Mittel-Amerika, also von Nordamerika, also von USAR, also von Middle Westerners, also das Wetter wäre wichtig. ein Porto ungefähr. Windgeschwindigkeit, der heißt, ich komme 8 Uhr bei. Also, der sollte sich ja im nächsten Jahr lohnen oder der auch die Nummer oder wie. Also, der heißt, die Mieter oder was heißt, die Kunde oder was heißt. Also, das sind ja in Gott Windgeschwindigkeiten. Also, und zu viel, wie schon wir auf der Nürnberg haben, der heißt es. Okay. Also, der Bauer, das nächste ist, ist, wir haben, das ist ja in Wintert. Ich bin ja in Wintert. Aber ich bin ja in Wintert. Aber ich bin ja in Schwierbar, 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 Schwierbar. Ich bin ja in Wintert. Aber eine Million kriege ich auch in den Kreditieren. Oder, oder, ich könnte mir vielleicht Millionen, Millionen Zaubertanzverein. Also, wenn ich den in den sitze. So. Jetzt habe ich mir eine Million überwiesen. Also, okay. Das mache ich zwar normalerweise nicht. Dann nehmen wir einen Cheaten. Aber ich wollte jetzt die Windgeschwindigkeit hier ausnutzen. Und, äh, jetzt fahre ich jetzt erstmal, ähm, jetzt fahre ich erstmal zu meinem Land. Also, ne, zu meinem Land möchte ich. Mein Land ist dort. Also, das möchte ich besuchen. Also, hier. Und jetzt möchte ich hier vom Shop hier, äh, ja, äh, Und ich bin ja, die Wind has Kaufen, auch hier. Also, die, die Wind hat sichern. Und dann nehmen wir mit einem Kind, und dann haben wir mitem Wintert, und dann sehen wir mal das hier. Und wir können ja hier sehen das, und dann und dann, und dann sie hier Sag, gut oder nicht. Das ist mein Trinabel. Hier haben wir den Rufo. Ich möchte ihn mehr in der Mitte stehen. Okay, dann haben wir das. Gut, dann können wir wieder zurückgehen. Jetzt haben wir eine Windheit. Und die Windgeschwindigkeiten, okay, für ihn sind fein, jetzt ist er noch mal 20. Also, der läuft aber noch nicht. Also, auch kosten 58.000, aber der läuft nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Wind haben wir doch genug, oder nicht? Da heißt es, ich war Pharmazogenwind, oder? Ich weiß nicht genau. Also, Wind hat sich nicht. Er sollte sich ausdrücklich sein. Hier gibt es diese Mitternish. Die Mitternisha waren sehr wichtig. Und die Verwittis haben wir von Unimenthir. Anja, Anja. Anja, Anja. Achachachchi, kann man der Finger? Anja, Anja. Was ist dein Jungen Schwestern oder? Nein. Ja. 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 Auch in ein paar Jahren. Ja. Das ist schon ein bisschen noch, aber ich glaube, dass ich meine Fremdchen gebe. Es war die Gänne. Ja. 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 Das ist hier die Rätsel, bei Gebäuden, da wird ja keine Mühle geben für das Winter, ich will es gerne, aber, ja, Gesundheit und Rätsel, also, gibt es Geld dafür oder nicht, oder gibt es ein Verbot, da habe ich hier vielleicht kein Winter draufgestellt, ich weiß nicht genau, also, bei den Winterhädern, was da ist, also, Winter haben wir eigentlich nicht, das wäre zu viel, also, also, so geht das hier wieder nicht, also, können wir damit beobachten, also, also, da haben wir schon ein paar Stunden, vielleicht, bis jetzt morgen kommt, also, als Dame guten Brok, und, äh, der Löffnung hat schon, sind nicht angeschlossen, vielleicht, also, weiß ich genau, also, oder WG kann inschein, weil es dann unterfallen könnte, und so, also, also, Jahrzehlt, also, also durch das Ziel, quarantined, also, dass wir das Ziel, im Laufe Martinez also davor gehen und jetzt würd ich mal den F1 suchen, also jetzt F1, geht nicht wieder geht das ja, also da wollte ich schon RoboCompany sie mir nicht zeigen und das geht nicht, also damit nichts also wenn ich jetzt mal habe ich wieder zu gehen, also was war mit Ting ist, also mit Ting und G, mit Ting G, das hat er jetzt hier, also da ist mein Auftrag, wissen, dass ich die Kompany irgendwie und auch zurückkriege, also, also, damit ich nur noch nichts sagen, was haben wir hier, also was haben wir hier, also, was haben wir hier, also, was haben wir hier, also, was haben wir dort, also was haben wir hier, auch die Zulcherin, also, beim warten, also, dann, aber nicht, was haben wir hier, also, also, was haben wir hier gesagt, also, wir haben hier, also, wir haben hier Und hier ein Saison haben wir, also Saison sagt er so, und da bin ich zurück jetzt 3-Tagesaison und da kommen wir momentan nicht weiter, also ich weiß nicht was es ist, ich hab ja das schon mal Auftrag gehabt, das Problem war mit dem Winter, darf das dann nicht stehen oder steht das dann da drin oder was weiß man nicht verkehrt, also musst du mit mir in die Mitte gedreht werden oder, ähm, muss ich weiter in die Mitte in meine Seite stellen oder, ähm, muss ich weiter in die Mitte in meine Seite stellen oder, ähm, muss ich weiter in die Mitte oder, ähm, kann ich noch, ähm, was ist hier, in der Mitte der Arbeit ist sehr gut, Ich habe das Thema Gutes, beim Manfred, und dann mit dem Shoppers, also. Also. Oder geht hier auf der Catefilis, kein Paneel, oder, wir müssen das hier abmachen. Oder haben wir den zu starken Wind? Also, dauert also nach, dass es eine Schutzspreche drin ist, und dass es bei zu wenig Windzeit ist, aber bei zu viel Wind vielleicht auch, könnte es sein, dass es eine Schutzspreche drin ist. Und, ähm, wo das ist, wie ich meine? Ja. In dieser Seite, ich habe mir hier. Ja. Also, das hätte gar nicht kommen. Also, da habe ich eine Minute gegeben, und, ähm, das war dann nichts hier. Also, das weiß ich warum nicht, aber er wollte nicht. Vielleicht bin ich schon in der Schumleitung, oder so. Also, brauchen wir einen Ingenieur und Fachmann, der erstmal hier etwas los ist. Also, vielleicht wenn ich kompatibel mit dem Netz, oder, also, wenn man ein paar zu viel Wind. Also, das ist ja vielleicht eine Windgeschwindigkeit, nur hat von so und zu viel Metern. Also. 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 Kann man das ziehen? Oder ich habe wieder Windgeschwindigkeit Windgeschwindigkeit von 30. Also, vielleicht hier. Das sind meine Bögen, 7 bis 10, 30. Und das sind ja schon extreme Werte. Also. Vielleicht schafft er so neue Werte überhaupt gar nicht. Also. Also. ich habe noch mal 150. Ich kann noch mal einen Weiten aufhängen. Also, vielleicht einen Weiten nehmen. Also, nochmal in den Job gehen. Also. Und. Dann nehmen wir noch einen Weiten aufhängen. Also. dann nehmen wir noch einen Weiten aufhängen. Also. Dann nehmen wir noch 10. Und nehmen wir noch 10. Und nehmen wir noch 10. Okay. Also. Da habe ich 3, 4, 5, 6. Und sie macht. Also. jetzt habe ich 7 Minuten hinterher. Und. 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 Die Rasteperzen kann ich machen. Und das habe ich gekauft. Ja. Und das bin ich um bei 7.000 ungefähr. Wir sitzen da an der Straße. Oder. Was will ich erzählen von mir? Nein. Ja. Auch den Herrmann. Du hast den ich will es morgen mal sehen, also es ist schon mal warm, also mein Imperium wächst, ich habe ihn weiter sundert und ich habe ihn den ersten Auftrag ausgeführt in Südamerika, in Essenzia, Apacium, aber im Winter dreht sich nicht, also weiß ich genau warum nicht, aber egal, also der fest ist, dass ich voll die Beine gut habe und das kommt gut hier auf dem roten Boden, also es werden nicht so meine Pfeile jetzt hier, so ein roter Boden, aber der Boden ist halt rot, kann man nicht mal, das heißt auch gut, dass es jetzt kalt ist, also, und Winter ist aber dann der Schatz auf der KC in Südamerika, Ach, vielleicht gehabt. Also, dass wir sich gut ausführen können. Und die Frage ist, ob der von der Verdienst noch was übergespracht. Ich habe jetzt 1000 Euro bezahlt, da geht auf das, von der, von der Skatep. Also, das ist ein Betortver. Also 50 Prozent. Also, die Kommission von der Sekta. Also 5,000 Euro. Das ist ein Betortverkomm. Und wenn das und da muss man sehen, was die neue Überschreiber haben. Also was habe ich denn ausgeben bisher? Also, Kosten für Dürrung 1500 und für das tut auch mal 1800. Deshalb machen sie das gut mit drin. Also, das sind die erste Zeit dann auch, müssen wir jetzt weiter nüberschwemmen. Also, ich wusste damit nicht jetzt klar. Also, die möchten auch nicht, dass ich hier mich zusammen... Also, zu viel Geld verdiene, möchten die nicht. Also, die möchten also lieber in der Landarbeiterschaft haben, die auch für nichts gearbeitet. Und dann ist dünftestinkt. Das ist von T migrants mit 85. Also, das würde ich mal... also 6 Meter und 6 Meter, wir haben 10 und 19 und was hat die Zeit, was hat die Zeit jetzt hier, also wie lange dauert es jetzt, 42 Minuten dauert es jetzt hier und der Kurier ist Schlussfall, also, also probieren Winter doch nicht und also, das hat sich gemacht, in der Hangar war letztes Mal, da hat sich die, wenn die Kartoffel, da haben die nicht geschrieben, da hat sich noch eine Kartoffel ausgebaut, ausprobiert und da hat sich nichts, ja, so was zur Nachoffel dabei war das, dass wir ein bisschen mit dem Schattengegriffen haben, mit, mit Schatten, und Schissensack oder, also, das wird man, Schissensken, das kann ich auch über den Hamburgern, aber letztens mal bisschen Spaß, aber mit, mit Schissenssenseraßtaschen, also. Also, die haben wir jetzt verstanden, also, das ist natürlich eine Arbeit, da gehst du mit der Eigenschaft, also, zu einer Rote Erde, also, dann die Rote Erde und zum Himmel zu Tinten, Wasser oder so, also, vielleicht sollte ich einfach mal die eine oder andere Mutter ausschalten, vielleicht auf den Lern, also, dass ich vielleicht eine grube Company ausmahe, also, die sind nicht verträgt, aber wenn der Schwarz, habe ich da hingabt, da lief der, ohne Seasons, und mit Seasons, habe ich auch schon gehabt, in der Schwarz, habe ich keine Vorstellung gehabt. Ja, also, die Frage ist, erst mal, nehme ich jetzt auf, habe ich keine genauen Vorstellungen, jetzt hier, was, was die Mutter noch nehme, was verdiene, vor allen Dingen jetzt hier, also, wenn sie die Zeugen, also, wenn sie 15 oder 35 haben, also, also, 10 oder 35, mit der Beheilfung, muss man aufpassen, also, was da auskommt, ich kriege mal ein paar Minuten, das war ich schon bei dir, was der Post und der jetzt hier, er wirtschaftet, ich habe jetzt sieben, sieben Winterhäte und ein, sieben Korrektoren, sieben Sonnenpaneele und ein Winterhäte, aber, das kann man nicht ändern, wir, glaube ich, also, dass die Winterhäte, das dann zu wünschen und, ähm, oder, das passt sich hier mit einem, der ganzen, was die hier draufhabe, muss man vielleicht, wenn ich noch mal, aber, welchen, 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 was passt sich, und dann, Max, einfach toll Josh oder Both, mit der Müer und Company, also, Also, ich habe heute mal 105.000, das habe ich schon da ein Million eingeschränkt in der Kurschicht und das ist nicht gemacht. Also, ich kann jetzt nicht mal in den Job gehen, ich kann es vielleicht hier bei ihm lassen, als dass man die Idee ist. Also, die Job-Karge und die Karge, das sind meine Fahrzeuge jetzt hier. Also, damit das jetzt hier. Ne, damit den. Also, ich will diese Fahrzeuge verkaufen. Nein, das wird mir ein bisschen, aber ich will nicht vorgesehen. Also, ich will nicht vorgesehen, die bin. Hier hat es definitiv viele von 10 Stunden. Also, das ist eine andere Fünfte, die sind dabei. Aber weiter nicht. Oder doch. Oder was immer? Ich weiß nicht genau. Also, we verkaufen sie, nicht immer wieder einmal. Also, wir brauchen sie. dann geht es in die Mersche. Die Tümer sind unsere Ente, was steht der Tümer? Übersetzung der Tümer bist du die Ne sagen. Dadurch wird den Geheim-Intektion der Ferien wieder gehen. Deebels werden aus dem Computer von downbrilten Bremsen wieder neu gelangen, Ich kann den abschließen, dann denke ich 8.54 Uhr wieder zu und also 5 Tage daheim habe ich es auf und 3 Jahre gekostet habe ich. Auf und dann, auf und dann, auf und dann, auf und dann. Und so I turned it to 3,000. Und dann wird das in einer Bekommen. So dass wir das in einer Bekommen. Für 2,000. Und dann wird das hier in einer Bekommen. Und dann wird das in einer Bekommen. Und dann wird das in einer Bekommen. Aber das lohnt sich nicht. Nur wir können es zurückzahlen. Also können wir es zurückzahlen. So können wir dann, dass das nicht dauert. Okay. Also. Die nächste Auftrag haben wir durch. Dann dauert er den. Also wie gesagt, wenn wir das einfach nicht sagen. So. Na dann sind wir wieder. Und in der Sendung noch. Also sehen wir. So können wir das Zorn aufbauen. Und dann. Und dann. Und dann ist das, die Nase. Und dann. Und dann. Um. den sieht man noch nicht, also wenn jeder was hat, also haben wir noch einen Film, den Moment, Jaws oder der Stern, als Nummer 3 gibt es hier, haben wir wieder einen Batte bauen und dann diesen Konnektoren, also die wurden mir einmal frei, aber bei dem Winter, das ist ein Problem, das sehen sie nicht, also müssen wir klären, ja, was wollen wir, also bringen wir hier, so und dann gehen wir, also, wir sind also bei 5.000 Euro-Motoren und die Maschine, die Figuren dann haben 12, also wenn 6.000 Euro werden, also wenn 10.000 Euro-Motoren einstellt, also mal zurück, also 15.000 Euro-Motoren, wir sind bei 14.000 Euro, also 15.000 Euro-Motoren, also es scheint das Geld auch zu schaffen, aber, ja, ok Leute, das war es von mir, dann sage ich mal schüss, dann sage ich mal, dass sie laufen bis 14.000 Euro und dann sehen wir uns wieder, na? kinder okay